Let's go! So, willkommen zurück. Es ist Kriegsfahrten. Aber die ist schwer. Mann. Ja, und dann Wrack. Das ist die eine. Was soll ich das nicht tun? Da wo du einfach auf der Brücke Autos zerstörnest, da benutzen sie C4, Granatwerfer, Raketenwerfer, Geschütze, Sentis und mehr, um jedes Fahrzeug auf der Brücke zu zerstören. Nee, ist das nicht? Keine Gegner? Doch, da kommen auch Gegner an. Und du musst nur Fahrzeuge zerstören. Verluste ist einfach, Termine ist schwer. Geh nochmal auf Verlust. Ja, ist vereinfacht. Ja, das ist Weltrekord. Hier ist meine Bestzeit. Drei Minuten. Ach so. Das ist der Weltrekord. Ja, ich hab immer da geguckt. Ja, nee. Falsches. Ja, wir sind schon bei Delta hier. Kriegsfahrten. Los. Na ja, komm. Das sieht aus wie John Kennedy. Wie so ein bisschen. Ah, dafür haben wir so ein BTR. Guck mal was der ist. Den können wir steuern. Okay, warte auf, komm mit. So, der BTR kann erstmal hier unterdrücken. Ach so, ein Laser? Ja. Ja. Warte, müssen sie mal abschlechen, wenn wir den einsetzen. Was? Noch nicht. Geh du da in die Garage rein. Ja, ich geh doch mal rein. Ich geh doch mal rein. Ich geh doch Feuerschutz doch. Geh in die Garage. Wenn da einer in der Garage drin ist, der wird jetzt tot sein. Ja. Also keine Sorge. So, wir sind in der Garage drin. Ja. Ich komme jetzt von der anderen Seite. Aus. Aus. Okay, pass auf. Drei. Zwei, eins. Ich blende. Können rein. Okay. Kannst du das Claymos verteilen? Warte. Bevor wir loslegen. Ist die Zeit so unwichtig? Welche Zeit? Die Zeit. Ja, ja. Das ist nur wie lange wir ihn insgesamt brauchen. Okay. Was machst du denn? Ein paar Claymos verteilen. Wofür ist denn das hier? Hä? Das hier. Das müsst ihr vielleicht machen. Was auch noch nicht. So, Claymos sind im Haus gut verteilt. So, jetzt kommt. Dann macht das nämlich. Dein Skill aufs Dach oben kommt. Hier. Das ist das Teil. So, wir haben die ganze Zeit eben hier mit dem BTR. Der muss jetzt da drauf schießen auf die Tür. War nix. Mach mit mir das auch bitte. So. Das heißt, wenn jetzt die welche reinkommen, der BTR, der haut die sofort weg. Dann haben wir bei Claymos platziert. Am besten was? Am besten verpisse ich mich. Hier hin. Dann hab ich nämlich hier alles im Blick. Okay, der BTR macht das da alles. Der haut die da ein. Wäre denn sind die Claymos noch da? Der ist sowieso nicht alles ganz reibungslos. Moritz, wie ist dein Tag? Mein Tag? Zehn Uhr aufstehen. Drei Stunden aufgenommen. Der Erste war's? Ja. Von zehn bis eins. Dann erst mal gefrühlig schickt. Irgendwann das Spiel fesselt einen einfach so. Kannst nicht einfach aufhören und... Natürlich gut. COD fesselt einen nicht. Nur an den Spielen in der Psychologie. Okay, wir sind fertig. Komm, wir ziehen uns raus. Nee, das ist was, ne? Warte, ich trau mal die ganzen Claimers ein. Was ich nicht... Übrigens ist das hier auch aus der Kampagne. Als ich da vorne war, ne? Das ist ja diese Schranke. Ja. Weißt du? Dann so. Gehen Sie in der Welt. Sie überholen Sie. Und dann so. Ich extra so. Der ist ja weitergefahren, ne? Voll dumm. Okay, komm mit. Erst mal Munition holen. Wo? Erst mal hier draufschießen lassen in der WTR. Was sagen? Geh ich Munition holen hier. Hier hinten. Anderen Spawn gesucht. Wollen wir es in der Himmel bei uns mal losgehen? Das wäre voll geil. Weißt du? Du wirst überrollen. Warum fährt denn der dann zurück? Warum sagt mir das keiner? Ich dachte der fährt nur vorwärts, aber okay. Ich liebe dich. Honey. Okay. So, alle auf in der Garage. Wir kommentieren sie dann so straight von zwei Seiten. Und blenden. Tricks toll. Wow. Und blenden. Wer denn? Ich bin tot. Ich bin tot. Aber hab ihn. Gut. So ist Glüder hoch, ne? Ja. Ich verteile wieder Clay. Ich verstehe wieder was. Weser mach ich es schon. Ich verstehe dir den gleiche erst. Was? Da reden. Da ist einer drin alles gleich. Ich hab die eigentlich schon gut platziert. Die Claymore. Dann mach ich das so wieder. Hier. Ein paar mehr holen. So. Subtiteln. Frage. Dieser. Wie ver. Awareness. Teil. Der. Die. Du. Die. 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 Der BTA und der Falle weg. Fühlt sich, wie es mein Tag war. Ja, dann aufgenommen, gefrühstückt, mit Film.ts gequatscht. Junge, da war so ein Level, ne? Justin Bieber, Alter. Überall, da haben wir so Sticker bekommen. Justin Bieber Fotos. Jetzt kann man die überall hinkriegen. Also, ich sehe so viel, ne? Alter, ich bin nur am Rot. Ist er abgebrochen? Ne, wir sind fertig, okay. Komm mit. Warte, in der Garage. Warte, ich komm mal von hinten da rein. So. Jetzt führst du diesen. Oder? Nichts? Nichts. Gut. So, Kombination holen. Komm, hier hinten. Also, dann komm mit. Nein! Der Hurensohn. So. Wir müssen machen. Damit der BTR dann ein bisschen was machen kann. Das sieht geil aus. Also, nicht du. Kann ich kommen? Ja. Nee. So, Claymore's. Was? Wo ist denn eigentlich die Dingens? Das ist geschützt. Hier. Ein geschützt. Was soll ich hier hin? Hier kann man nicht hoch. Na klar. So. Wir filmen da oben. So viel Claymos, alter. So viel Claymos, alter. Ja. Und ich glaube, ich habe jetzt Revolution. Ja? Ja. Habe ich mir von Marcel runtergeladen. Mit Friedenstifter? Ich glaube schon. Weißt du was? Ich weiß noch nicht. Ich war gerade am runtergeladen. Okay, komm mit. Ja, dann ist fertig. Dann bin ich zu dir gefahren. Wurde ich mal gucken. Komm mit. Das geschützt nämlich nicht drin. Mit? Dann habe ich die Dye-Wise, ne? Die Dye-Wise? Was ist das? Die Zombie mit. Weißt du? Ja. So viel geht in diesem Haus drinne, ne? Komm jetzt unten lang. Und das unten lang gehen. Warte, ich komm zu dir raus. Boah. Dann noch ein Geschütz stechen und so hier hin. Und das Geschütz. Wieder hoch, ja? Naja. Kann ich ja lieber... Ich nehme mal ein paar Claymos jetzt mal. Ich werde mir schön alles... Abdecken. Weil ich und Marco haben es ohne Claymos gemacht. Weil die Bock hatten. Nur ich bin jetzt mal nicht so faul. Ich mache ja... Tatsächlich mal bei Claymos hin. Und guck da mal was passiert. Ja, es sind überall noch welche. Ah, krass, ne? Das Haus ist viel größer. Ich meine, guck mal hier. Geht's hier noch hoch. Okay, ich fasse da runter. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin sagen soll, wo der Typ hinschießen soll. Am besten einfach sagen soll ich da hinschießen. Ja, ich habe schon. Auf die Straße, wo ich alle herkommen. Mach du es am besten, okay? Ja, ich bin hier oben. Ich seh... Hier. Ich bin nicht hier unten drin, ne? Nee, kann ich noch besser. Wer ist denn dein? Sehr gut. Ah, Jesus Christus, ne? Ach, cool. Aber wenn wir dann drei geschützt haben, ist das schon wesentlich einfacher. Und wir haben es auch schon geschafft jetzt. Also, wir müssen noch zurücklaufen. Komm. Komm, komm. Ich kann nicht, wo was kommt. Schön auf der Straße und hier laufen. Boah, muss eigentlich das mal weglaufen, ne? Ja. Ja, boah. Tschüss. Tschüss. Ich mach dein Ohr irgendwie. Kann man sich schon Sachen drüber aufbringen.